In ihrem neuesten Reel sitzt die Fünffach-Mama auf einem Sessel in der Schönheitspraxis Dog Boom in Köln und lässt sich beim Botox und Hyaluronspritzen filmen. Dazu schrieb Dani einen längeren Text, in dem sie klarstellt, diese ästhetischen Eingriffe keinesfalls glorifizieren oder verharmlosen zu wollen, rührte aber gleichzeitig ordentlich die Werbetrommel für die Klinik. Ich lasse diese Eingriffe ausschließlich von Experten durchführen und treffe gut überlegte Entscheidungen. Meine Gesundheit und Sicherheit haben immer oberste Priorität, betonte die Witwe von Malle Starr und Kultauswanderer Jens Büchner, 49. Dass die 45-Jährige in den vergangenen Wochen und Monaten eine enorme äußerliche Verwandlung hingelegt hat, ist vor allem ihren Followern auf Instagram nicht entgangen. Immer wieder bewunderten sie Danes Verjüngung, verglichen die Auswandererinnen sogar mit ihren Töchtern. So kam es, dass einige ihrer weiblichen Fans das Schönheitsgeheimnis des TV-Stars wissen wollten. Doch statt einen ultimativen Tipp zu verraten, antwortete Dani nur, gibt keins. Ihr junges Aussehen wäre vor allem auf ihre Zufriedenheit, Gesundheit und die tolle Familie zurückzuführen, gab sie vor einigen Tagen zum Besten. Auf die Idee, dass ihre jugendliche Optik wohl eher mit ihrer schlankeren Figur und die regelmäßigen Besuche beim Beauty-Doc zusammenhängen könnten, kam Dani offenbar nicht. Zudem verheimlichte die 45-Jährige erst letztens eine Brustoperation. Allerdings habe sie davon nichts erzählen wollen, weil der Eingriff von der Vox-Sendung Goodbye Deutschland begleitet wurde. Was ihre Fans wohl zur Botox-Werbung sagen würden? Ihre Meinung dazu kundtun können die Instagram-User nicht, denn Dani hat die Kommentarfunktion unter dem Video, überraschenderweise, ausgestellt. Auch wenn die Blondine sich regelmäßig aufhübschen lässt, sei ihr eine Sache jedoch wichtig. Schönheit hat nicht immer etwas mit ästhetischen Eingriffen zu tun. Jeder von uns ist schön auf seine eigene, einzigartige Weise. Ob man ihr das so glauben kann, ist fraglich. Ich bin ein bisschen aufhübschen. 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 Vielen Dank.